weg was für ein gewimmel oh kein ende ok Wo, wo, wo denn? Nein. Geht mal wieder nicht hier mit den Falltasten. Na, super, halt hier, Goliven. Oh, haben wir das vielleicht mal doch geschafft jetzt? Muss ich nur noch diese Dinger hier kaputt machen? Oh, können wir hier vielleicht jetzt hier sogar hin? Können wir uns hier mal niedermachen hier? Ja, jetzt auch alle, aber kein Problem, gehen wir jetzt hier hin. So. Sieht aus? Uh, da waren wir wahnsinnig viele Verluste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Leute. Ah gut, hier kriegen wir wieder welche. So, füllen noch drei. Können wir das auch mal erforschen, endlich mal. So, da haben wir auch noch welche. Da fehlt immer noch einer, aber den habe ich jetzt hier. Das ist, das ist vier. Ich weiß das nie, ich vergesse das immer in der Natur. Okay, wo sind die? Na halt nochmal, so Abwechslung. So, wenn wir das zumindest hier sind wir ja mal hingekommen. Oh, haben wir eine Basis weggeräumt mit den Dämonen. Nein. Hahaha, ist das übel. So, das kann ich hier bauen. So, das muss ich jetzt auch mal. Kann ich nur noch Sachen hier erforschen. Das hilft uns sicherlich auch. Das nehme ich auch mal. Also mal forschen, wenn wir das noch nicht haben. So. Okay. Ah, unterwegs. Na her. Wofür steckt sich das Töne? Oh, da ist jetzt, das ist das. Wo soll ich meine Pika einsetzen? Befehle, Herr? Ah, fünf. Wollte besser, wenn ich. Wo soll ich meine Pika einsetzen? Gut, wenn ich die noch nicht habe. Wo ist der Kampf? Komm mal hier hin. Ich erwarte eure Befehle. Hier ist der. Oh, da hin. Wo soll ich meine Pika einsetzen? Ah, ne. Gut, die Arbeit langsam fliegt vor. Das Gebäude ist fertig, Herr. Uhhh. Das ist echt übel, ja. So. Wo sollen wir hin? Ja, die, gar nicht so das rechte Katapulte. Da kommt der Nächste. Mit den nächsten Werteidigungslinien. Oh. Muss das denn alles sein, ja. So, die Arbeit, die bauen das jetzt ab. Was muss getan werden? Dann kannst du ja da hin. Hierher. So. Okay. Ah, ja. Luftangriff. So. Hierher ist auf unserer Seite. Ich lege mal sofort mal hier hin. So. Und Nummer zwei auch. Ah, das hab ich aber nicht so gedacht. Das ist jetzt nicht so. Gut. Hab ich hier noch ein paar Bauern? Ein paar Bauern? Ich glaub hier noch. Was muss unsere Streitkräfte werden angegriffen? Okay. Nur ein paar mehr Bauern. Ah. Das ist ja auch nicht so gut hier. Forschung abgeschlossen habt. Forschung abgeschlossen habt. Okay. Das war nicht so gut hier. Soll ich mal ein paar Verteidigungsleutruppen organisieren? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das gefällt mir nicht hier. Ja. Verteidigungsleutruppen. Das dauert so lange, bis sie wieder, bis sie hier sind. Erwägen. Wir werden angegriffen. So. Okay. Geht mir hierher. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na weg. Das ist nicht so gut. Wir werden angegriffen. Guck mal. Ich muss immer das Ding lassen. So. Jetzt können wir das machen. Wir werden angegriffen. Hey. 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 Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Hol dir den wieder zurück. Dann Eliteeinheit. Forschung abgeschlossen. Ja. Hol dir noch. Was machst du denn da? Wir werden angegriffen. Dann sind wir jetzt weg. Dann sind wir jetzt weg. Dann sind wir jetzt tot. Ne. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Wieso habe ich hier keine Einheiten mehr? Die Ehre ist auf unserer Seite. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier keinen Überblick mehr hier. Da. Wir werden angegriffen. Aha. Was ist denn hier los? Was machen die alle hier? Alles ist Chaos. Hier Chaos ist uns. Das ist Mist. Alles Chaos ist das hier. Das ist ja grausam. Dann sind die Leute wieder weg. Aber naja. Ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Ich erwarte eure Befehle. Was ist denn hier? Ja. Wieder einer. Aber ich wollte ja. Jetzt eigentlich welche dahin. Dahin schicken. Und zwar so einer. So. Okay. Da kann man ja das Ding mal kaputt machen. Mit den. Mit den. Da gibt. Da gibt. Da kann man da ne Chance. So. Die Rana Harpje. Das ist sicherlich ne gute Idee. Die das mal zu zerstören. Aber hier ein paar Harpjen weniger. Aha. Ja. Gut. Soll ja die Truppen immer nachkommen. Wir können den aber ordentlich in Schlag versetzen. Dann haben wir die nicht mehr. Wo die greifen. Wo die bauen offenbar nur eh. Von. Äh. Die bauen glaube ich eh nur ab. Für ihre. Oh. Ja. So. Ganz schön. Ich bin der Sturm in den Himmel. Ich bin der Sturm in den Himmel. Oh. Weg. So. Warte mal an. Ah, warum war die so lang am Feuer? So. Okay, zurück. Wetter. Aber die Dinger waren schlack versetzt mit ihren Harpchen. Die kommen jetzt auch nicht mehr hoffentlich. Haben ja auch uns genug zum Lachen gehalten. Wie lautet der Auftrag? Oh, hier braucht man Tümchens. So, und hier bitte auch. Oh, dann da. Und dann dort. Da brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr, aber... Ah, wir kommen dann erst voran. Also nicht so einfach hier. So. Okay. Ach so, ja. Ich erwarte eure Befehle. Dann habe ich hier noch. Ich tue, was das bedeutet. Und auch. Befehle, Herr. Wo soll ich das? Abgeschlossen, Herr. Ja, nochmal platt, das ist gut. Tollwütigen Wolfes. Ja, wir erobern das Gebiet langsam. Auch wenn das eine ganz schön lange Angelegenheit ist. Ich habe ein bisschen dafür, dass es hier ein bisschen leichter ist. Aber hat natürlich auch nicht viel zu sagen, Herrlich. Oh, meine Güte. Ja. Da kommen wir an den nächsten Angriff. Aber... In der Wiener gerüstet. Ja. Okay. War noch so ein Ding? Ah ja, ich sehe schon. Ne, so geht das nicht hier. Oh, geht das nicht. Clan ist noch ein Lächers. Oh, meine Güte. Danke. Ja, kommt her. Ihr sollt da mitmachen. Oh. 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 Evil. Ja. 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 Ja, ich habe es total entkauen. Wir sind überall, über sich mal wieder verloren, aber... Ok. Oh. Fünnstück? Ne, vier glaube ich. Einen haben wir ja noch. So. Hier ist Glück. Ah, die haben's wohl. So, das ist wohl geschafft. Das auch zu stürmen. Ja, meine Experten sind wieder unterwegs hier. Okay, dann haben wir das wohl auch. Erledigt. So, jetzt könnt ihr mal hier dahin. Sieht aus, ihr alle noch da. Ihr könnt auch mal hier hin. So. So. Okay. Vier fehlen mir noch. Ja, die brauche ich ja jetzt. Ah, da sind sie ja. Was war da für ein Experte unterwegs. So. Wollen die anderen auch kommen hier? Das sind die. So. Ja. Was ist das denn? Oh. Das soll nur eine Basis da sein. So, der ist weg. Das ist gut. Und ja, die ist noch vollständig. Die auch. Wo ist der Kampf? Oh, die Verluste erlitten. Äh. Zwei. Was haben wir hier noch? Ein. Einmal noch hier sein. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs ist noch. So. Ja, genau. Die Ehre ist auf unserer Seite. Ich werde sie zur Strecke bringen. Schnell. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben ihn endlich jetzt geschafft ey. Der arbeitet sich ja langsam vor. Zur letzten Basis. Meine Güte. Das ist echt. Das ist echt das ey. Das ist echt eine Herausforderung gewesen. Kann ich immer noch nicht. Kann ich immer noch nicht. Aber ich habe immer noch nicht geforscht. Hab ja auch nichts mehr. Das bereuen wir noch nicht mehr. Aber... Matsch, matsch. das war die einfache als der also anfangen wir können wir so alleine schaffen okay aber nur lange hervor und reichert hierhin wegen uns mal ich tue was das ok ihr seid noch nicht so weit so zwei finden wir noch und so wo ist der kampf so und da sieht es aus da hätten wir das ist auch nicht so einfach von übel was da ist alles rum du hast alles kam ja mach dir noch platt danke also die gitter hier das letzte gebäude vermutlich alle bäume abfackeln ja er sieht noch ein bisschen nach rückeroberung aus wirklich aber hier ist echt der schwerste hier weil so viele totems da sind ok das hätte ich total jetzt das letzte gebäude ok und roffer Was passiert jetzt hier? Warum kann ich da nicht zerstören? Ungültiges Ziel? Warum? Warum? Ha? Warum ein ungültiges Ziel? Ha? Kann ja nichts zerstören, aber es... Wieso sagst du nicht? Wo sollen wir hin? Was war nicht so clever eigentlich? Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht zerstören? Ha? Jetzt geht die Mission nicht zu Ende oder was? Die Mission geht nicht vorbei. Ich kann ja nicht zerstören dieses Gebäude. Das letzte. Was soll das denn? Habe ich jetzt, will ich sagen, hier auch gekämpft nach anderthalb Stunden? Und was ist passiert? Ich kann das nicht machen. Ja, super. Ja. Das Mission hat kein Ende, wie ihr seht. Weil hier gibt es nämlich nichts weiter. Ist nämlich nur noch dieses eine. Wofür versteckt sich das Böse? Oh, sieh, da fliegen doch irgendwelche Viecher hier rum. Ja, da tatsächlich. Aber ob das das bringt? Meine Sache ist gerecht. Das ist doch total doof. Wenn ich das Gebäude halt nicht zerstören kann. Wir werden angegriffen. So. Ich kann doch ein paar Habchen machen. Ne, halt auch, um ihn ja nochmal zu jagen, diese Viecher. Geschlossen der Auftrag. Aber... Was ist das? Ein erbitterter Kampf. Wir haben unseren Gegnern schwere Verluste zugefügt. Doch die Orks sind noch nicht besiegt. Wir müssen jetzt unser gesamtes Streitmarkt in den Kampf schicken. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sieg! Ja, da ist ein bisschen doch ein Ende. Ähm. Empor in den Himmel. Ja, ein seltsames Ende. Warum dieses eine Gebäude auf dem Rumpa ist. Ja, seltsam. Aber man muss jede einzelne Einheit hier erledigen. Auch diese Viecher, die jetzt rumwirren. Dann geht das. Aha. Das ist nicht so gut designed. Ganz ehrlich. Das erinnert mich ein bisschen an... An... Ich glaube es war... An Konga, glaube ich. The Blooming Sun. Da habe ich auch mal gehabt. Da konnte man eine Mission erst erfüllen, wenn man... Jedes beschissen Mauerstück zerstört hat. Also jede einzelne feindliche Gebäude. Egal, das Maßstück war ja sonst was. Dann ging die ein bisschen der Sen, ne? Hier jetzt auch. Ich dachte, das liegt ja an dem Gebäude jetzt. Aber... Es lag jetzt nur am... An diesem Flugvieh. Ja, zum Glück haben wir ja... Da habe ich das noch halt gerallt. Ja. Gut. Wir haben es geschafft. Irgendwie. War eine harte Mission. Eine harte Schlacht. Eine bitterte Schlacht. Wie es gesagt wurde. Ja. Punkte. Für die Statistikfreunde hier. Harte... Harte Stück Arbeit. Wirklich. Aber ja. Am Ende war man siegreich. 858 Einheiten vernichtet. Ja. Aber am... Der Anfang ist ja das schwerste. Äh. Gar nicht mal wegen den ganzen Wellen, die ja eigentlich immer kommen. Sondern viel mehr wegen den ganzen Totems. Weil man da nicht vorankommt, ey. Aber wir haben es geschafft, ey. Puh. Gebäude. 69 Gebäude ist das dort. Ja. Großstoffe. Ja, genug. Aber alles... Hat alles gereicht. Wiederbelebung ist natürlich jetzt die Funktion überhaupt, ey. Ach. Das war harter Stück Arbeit. Haben es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an die Kommentare. Und an die Bewertungen. Und damit... Danke fürs Zusehen. Und... Bis... Zum nächsten Mal.